Regionalität und hochwertige Materialien sind gerade für holzverarbeitende Unternehmen ein absolutes Muss. Mit Unterstützung des Holzclusters haben fünf Tischlerbetriebe im Bundesland die Salzburger Tischlerküche ins Leben gerufen. Die Salzburger Tischlerküche ist nicht jetzt eine bestimmte Marke, sondern ist ein Qualitätskriterium. Und wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir produzieren Küchen ausschließlich selber. Die Produktion muss regional sein, aber auch die Materialien, die in dieser Küche verarbeitet werden, müssen regional sein. Wir haben für diese Salzburger Tischlerküche einen Regionalitätspreis bekommen. Wir haben das Umweltblatt verliehen bekommen. Die Firma Lauterbacher aus Köstendorf produziert für diese Betriebe unter anderem die Frontplatten für die Salzburger Tischlerküche. Man merkt jetzt wirklich gerade in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren, dass das Feedback von den Kunden deutlich mehr geworden ist, wo Leute dann nachfragen und schauen, wie wird das produziert, wo wird das produziert und wo kommen die Materialien her, die dort eingebaut sind. Das Sägewerk der Firma gibt es schon seit 1609. Seit 1848 ist es im Familienbesitz. Karl Lauterbacher führt es nun in fünfter Generation. Bei uns, also für die Salzburger Tischlerküche, werden eben die Dreischichtplatten produziert für die Fronten. Speziell immer noch Aufträge, auch Sonderwünsche für die Kunden, je nach Astgröße oder auch oft eine spezielle Holzart, was wir dann speziell bei einem heimischen Säger besorgen müssen. Da machen wir auch die Korpusplatten für das Innenleben, weil Tischlerküche ist eine sehr hochwertige Küche. Da werden keine Spanplatten verarbeitet, da werden nachher auch Dreischichtplatten, die wir natürlich irgendwo günstiger produzieren, für den Korpusteil produziert. Also uns ist sehr wichtig, dass wir nachhaltig produzieren, dass wir wissen, wo das Holz herkommt. Wir kaufen in Österreich, Deutschland, in Ungarn, also überall, wo nachhaltig bewirtschaftet wird. Wir verarbeiten sehr viel FSC-Holz, wir sind FSC-zertifiziert. Sogar beim Verleimen wird darauf geachtet, dass Formaldehyd-freier Leim verwendet wird. Die Abfälle werden auch im Werk verwertet. Das eine wird für Energie zum Heizen von den Lagerhallen, von den Trockenkammern. Abfälle werden auch als Briketts verarbeitet. Und das Restmaterial wird dann auch noch in unsere Holzöfen verfeiert und wir nachher auch noch ein Holzöfenbrot produzieren. Also unser Energiefluss ist formflüssig. Und dafür wurde das Unternehmen auch 2017 mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet. Seit 2012 befindet sich eine große Photovoltaikanlage am Dach der Firma. Die Größe ist 130 kb. Wir sind sehr zufrieden. Also sie läuft vom ersten Tag an störungsfrei. Wir brauchen ungefähr 87% selber im eigenen Betrieb. Durch die Holttrocknungsanlagen, die laufen immer am Wochenende. Also wir brauchen sieben Tage in der Woche Strom. Und das ist der große Vorteil. 13% liefern wir ins Netz ein. Aber den Großteil brauchen wir einfach selber. Regional, nachhaltig und umweltschonend. Die Firma Lauterbacher ist damit ein echtes World-Changer-Unternehmen.